Hallo und herzlich willkommen zu GassiTV auf Abwegen. Wir sind hier heute auf der Hund und Pferd in Dortmund. So ihr Lieben, wir sind jetzt hier an einem Stand in der Pferdehalle. Hier gibt es verschiedene Lederhalfter in verschiedenen Varianten. Wir sind jetzt hier am Stand von Hafflinger Freund Reiner. Ich stehe jetzt hier beim Carsten. Carsten, ihr habt auch selber Hafflinger mitgebracht. Was genau macht ihr hier? Hier präsentieren wir die Hafflinger für die Flecht-Challenge einmal. Da können die Kinder die langen, schönen Mähnen einflechten. Das ist ja charakterlich für den Hafflinger. Die schöne, weiße, blonde Mähne. Dann können die Kinder Probe reiten, um einfach mal ein Gefühl für den Hafflinger zu kriegen. Weil der Hafflinger ist ja ein Familienpferd. Der hat eine Größe zwischen 1,40 Meter und 1,50 Meter. Wird sehr alt, sehr lindsfroh ist der Hafflinger und sehr gesund.